Hallo Leute, jetzt willkommen zurück auf meinem Kanal, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Reaktion, wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch und zwar YouTube-Kacke, kulinarische Extravaganz, ja, auf diese zwei Süßen haben wir letztens schon mal reagiert und da wurden mir einige Sachen nochmal vorgeschlagen, dass von denen noch mehrere YouTube-Kacke-Videos entstanden sind und das Video, das wir uns heute angucken, ist von Yeezy Frankie, ja, und ich habe Stefan dabei, wir gehen rein, let's go. Was mir auch direkt auffällt, also, es sind offensichtlich Martina und Moritz, aber warum steht das Moritz in Anführungsstrichen, weil, also, weil er wahrscheinlich nur so genannt wird, aber warum wird das so genannt, wenn er gar nicht so heißt? Boah, das ist eine gute, oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Und warum, also diese Brille finde ich auch wirklich zu wild, ne, diese rote. Ich finde auch, ich finde aber geil, dass wir an Neuner Nuttenhofer stehen. Glaubst du, das ist ein echter Name? Ähm, äh, ja. Neuner Nuttenhofer, oh man ey, okay. Let's go. Alter, also, also, packen wir es an, kacken wir es an, scheiß, packen wir es an. Okay, also, das ist quasi die Routine, die man einlegen muss, wenn man quasi kurz davor ist, was zu kochen. Okay. Das ist die Routine auf jeden Fall, ey. Ich sage immer, Routinen sind gut für den Körper einfach. Oh man. Dann packen raus, so aus. Okay, ich will, also, ich frage mich gerade, was heute gekocht wird. Weil jetzt aktuell gehe ich von starken Metanphetaminen aus. Wir fangen mal an mit den Schinkenhörnchen und ich mache dazu eine Füllung, die besteht zum Teil aus Scheiße und Eichelthese und dann wird... Ja, 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 okay. Also, wenn das sein Stuhl war, ich bin kein Experte. Aber gesund sah das nicht aus. Das sind aber, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber das sind tatsächlich auch meine zwei Lieblingsfüllungen beim Schinkenhörnchen. Stimmt, ja, eigentlich geht es ja ums Schinkenhörnchen. Gut, eingeweicht. Und da gieße ich jetzt lauwarmes Sperma drüber. Das gibt nochmal einen aromatischen Fick. Und dann einfach geduldig masturbieren. Soos. Säße. Säß. Und jetzt müssen sie doch zugeben, das sieht wischig aus. Ich sage Ihnen, es schmeckt auch so. He, 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 he. Ist das Kaviar gewesen? Wieso Kaviar aus? Kenne ich mich nicht aus, to be honest. Ich finde das so weird. Kaviar, Digga. Fischeier, what the fuck Also ich check, ich check, ich check das null Nee, nee Also ich check einiges, was so diese, auch Austern und so weiter Ah, nicht, gar nicht Widerlich, widerlich Würde ich wahrscheinlich speien, wenn ich die essen würde Ja, Mann Ich möchte ein Cock nützen Hahaha Digga, und Moritz denkt sich nur so Alright, let's go Miesmuscheln mit Möhren, okay Nach 15 Minuten Schau, schau, schauen wir mal nach Und da sieht das nämlich schon mal sehr scheiße aus Und deswegen schütte ich jetzt Salzsäure hinzu Also zu Okay, ich dachte, das wäre, das wäre aller Frank-Rosin-Weißwein Aber wenn das tatsächlich Salzsäure war Dann werden wir es ihr mal glauben Rück in den Ofen Vorofen Das muss ich aber doch probieren Hahaha Junge, das ist ein Skill Das ist ein Skill Also wenn man das schon abgebissen hat Und ein, zwei Mal gekaut hat Und das trotzdem nochmal so ausspucken kann Dass es wieder ganz ausschaut Also da muss ich sagen, Respekt Mein Respekt dafür Ich habe jetzt hier längliche Schwänze genommen Und schneide sie längs in zwei Hälften Und dann gibt es eine Explosion Das ist ein ganz wichtiger Okay Aber ey, diese, was waren das? Waren das tolle Lini? Die sahen geil aus Ja, so Oder kleine Maultaschen Oder so Also keine Ahnung Ja, das sah richtig geil aus Also das muss ich auch schon sagen Äh ja, auf einmal Chemieunterricht einfach hier geworden Und dann macht man das jetzt so So Mein Schwanz habe ich geputzt Und ausgewaschen Damit der Sande zwischen der Vorhaut ist Rausgewaschen wird Und taucht Oh, diga Also Da tut es mir manchmal weh Dass ich mir das alles mal auf Pause stellen muss Was andere Leute sagen Da tut es mir einfach weh Den Penis jetzt hier in die heiße Brühe Sie wissen ja, dass wir das besonders gerne mögen Fies Also was wir jetzt hier machen Ist im Prinzip nichts anderes Als ein dicker Ähm Pinsel Und nun kommt der Alkohol Alber 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 Soos Soos Und das stecken wir an Ich habe gesagt, dass er das jedenfalls Wenn er was abschneidet Ey, der will mich so abfacken beim Kochen No joke In meine Wagen Natürlich gehört zu einem feinen Menü Auch ein Aperitif Und zum Aperitif Gehört immer auch ein Aperitif Fies Fies Soos Roch Flolf Lolo Spast Fünf Dicke Eier Fricker 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 Bro, Yeezy Frankie, Digga Was ist passiert, als du dieses Video gemacht hast? What the fuck? Also dieser Effekt, ne? Der nimmt mich komplett hops Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Tricken Fizzy Frankie Oh mein Gott Wie trocken er das auch sagt, Alter Es war kein Endclip, trotzdem geiles Video Schaut bei Yeezy Frankie auf dem Kanal vorbei Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt Würde mich sehr, sehr freuen Würde mich auch sehr, sehr freuen Wenn ihr mir ein Like, ein Abonnement, einen Kommentar Das schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Haut rein Ciao Ich bin Frankie Ich bin Frankie